So, da bin ich mal wieder zurück mit etwas Erfreulichen, nämlich wir bekommen ein Gratis-Spray geschenkt. Und alle, die es vielleicht eventuell kennen, das Ganze ist von Dr. Who, ist die Policebox, mit der ihr halt immer durch die Zeit reist und hast ihn nicht gesehen. Der ein oder andere kennt es mit Sicherheit. Und wie gesagt, das Spray haben wir jetzt kostenlos bekommen. Wenn ihr den Code haben wollt, einfach dranbleiben. Vergesst aber bitte nicht, ein Like dazulassen. Wenn du noch kein Abonnent bist, gerne noch ein Abo dalassen. Also auf YouTube mache ich wirklich jetzt nur noch Fortnite. Nichts anderes, da wird nichts anderes mehr kommen. Außer vielleicht mal ein bisschen Werbung oder so. Aber in dem Sinne, ich zeige euch direkt den Code, damit ihr auch das Item bekommt. Weil es ist, wie ich eben in anderen Videos noch gesehen habe, es ist wohl auf 5 Millionen begrenzt. Also 5 Millionen Leute können nur das Spray bekommen. Also in dem Sinne, gebt Gas. Das hier ist der Code. Einfach auf der Internetseite eingeben. Ich habe das jetzt extra ein bisschen größer gemacht, damit ihr das Ganze auch findet. Ich gebe euch aber den Code nochmal in die Videobeschreibung. Genauso wie den Link, wo ihr den Code einlösen könnt. Und in dem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall mal viel Spaß mit dem Spray. Ist zwar nichts Besonderes, aber für uns sonst holt man das natürlich gerne mit. Und in dem Sinne, haut rein!